Ihr Lieben, Armin Zadi hier. Ich bin gerade bei dem kleinen Michel und heute ist so ein Farbeneffekt und oben, was ihr hier seht, sind Tauben aus Papier, beziehungsweise umgesetzt. Das sind also, was ihr hier seht, das kann man heute auch sehr gut sehen. Das ist ein Farbeneffekt und das sind Tauben, also hinten ist auch richtig schön zu sehen. Alles auf Papier gemacht und den kleinen Michel, den ich schon über zehn Jahre habe. Und heute kann man das richtig schön sehen, weil das Farbeneffekt ist. Seht ihr das? Richtig schön. Der Effekt kommt heute richtig gut rüber. Wie die Farben im Hintergrund, Blau und Jesus Christus, nicht der Sohn, sondern der Gott, der Mensch gestaltet, mit Gestalt genommen hat. Also hier ist, heute kann man das richtig schön sehen. Das ist mit den Farben, das sind besser Sicht, weil die ganze, alles ist aus Papier. Diese ganze Tauben. Richtig schön. Guck mal, wie schön das ist. Bis ganz hinten, in den kleinen Michel. Zuerst um 18 Uhr gehe ich in den großen Michel und 200 Meter entfernt ist die kleine Michel. Über zehn Jahre schon. Und heute habe ich das Ganze aufgenommen, weil das Lichteffekt da war. Und auch ein bisschen besser in Geld kommt. Mit dem blauen Licht. Alles Liebe. Euer Amin Sattel. Bleibt gesund, mein Lieben. Amin Sattel.